Gute Idee, Marius. Gute, gute Idee. Ich glaube, du hast es falsch sortiert. Jetzt kommt erst mal hier, oder? Habe ich hier am Internet? Ach so, hast du hier am Internet? Ach so. Das ist ja mal eine fancy Vorbereitung. Marius hat hier so einen Laptop sich aufgebaut. Laufen da auch deine Effekte durch, ne? Ist voll der Freak. Früher hat man sich einfach so Effekt-Boarding-Stellen und überall gedrückt. Hier, was er hier unten noch ein bisschen hat. Aber seine ganzen Gitarren-Sounds. Das ist nämlich eigentlich eine Mini-Gitarre. Ja? Das kommt alles auf den Computer. Er spielt ja nicht selber. Nee, nee. Klar nicht. Schon lange nicht mehr. Schon lange nicht mehr. Ja, das... Wenn man ein Diplom hat, dann hört man auf, als Diplom-Gitarrist. Ja, der Song, ähm... Witzigerweise war, glaube ich, auch ein Vorschlag von dir, ne? Ähm... Nee, 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 nee. Also, auf jeden Fall habe ich diesen Song, äh... Er hat sich schon sehr jung war das erste Mal gesungen, weil ich das Album sensationell war. Das war so, es gibt diese Alben. Dann... Die muss man haben. So, das steht, glaube ich, so irgendwo im Musikgesetzbuch. Äh... Album musst du haben. Da gehört zum Beispiel dieses eine von Laura Jones dabei, das jeder hat, der intellektuell sein will. Und dann gab es dieses eine von Carlos Santana, Supernatural, das Album. Haben, glaube ich, 55 Millionen Menschen gekauft. Wenn das weiß. Und ich war einer davon. Ja, ich kaufe noch physische CDs. Kleiner Tipp für euch. Nächstes Frühjahr gibt's eine tolle physische CD, die ihr euch kaufen könnt. Auf jeden Fall kommt jetzt aus diesem Album, äh, ein mega, äh, Duett. Mit Rob Thomas, Sänger von Vashbox Festival fand ich damals mega. Hier kommt Smooth. Ja! 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 Järpitzen! Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. 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 Let's not forget about it Let's not forget about it Let's not forget about it Dankeschön! Nur macht Spaß, auch wenn man leider keine Pokaschezeit hat.